Schon noch heftig, gell? Eine Frau vor acht Jahren an Krebs gestorben. Es liegt ein Sohn an einem Spital im Kommen. Jetzt musst du hören. Das mit seinem Sohn war ihm voll kein Raubüberfall. Ja? Nein. Er wurde von ein paar Jungs zusammengeschlagen. Als Abschreckung. Der Jahnkei. Der Schutzgeld wollte zahlen. Bleiben. Nicht wohnen. Woher warst du das? Hat man es vor ein paar Tagen im Fonds auf erzählt. Ich glaube, daran kann er sich gar nicht mehr erinnern. Ach was, das gibt es noch im Film. Anschein. Ach, ich habe nicht mehr so ein Besuch gesehen. Ein Polizei? Nein, dir was ist so ein Besuch. Na ja, ich meine. Ton! Wir machen uns nicht mehr. Schauen wir mal. Ah! Was machst du? Das ist ein Heißverschlusskrem. Ah! 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 Der Bank ist wieder vorne, das ist eine Bar. Bei mir gibt es nicht viel zu holen. Du bist heiss, auch nicht mit dem holen. Komm, schau, wie du mich glaubst. Gabi, mach etwas. Du hast die Schnurren keinen mehr. Sigi, geht's? Ganz Sigi. Hör mal raus, sonst fleckst du noch einen Moment noch. Den Klopfen auf den Rücken. Was ist das? Das ist ein verdammt. Sigi! Hey, bleck, bist du ein Metzger? Lass mal nicht so fest. Sie ist robust, als sie so ausgesehen. Geht's wieder? Heilmanns Sack wollen mich umbringen. Lass mich los! In dem Fall geht's wieder. Es ist wahnsinnig geworden, mir so auf den Rücken zu fallen. Ich kann es ihm kreisen. Wenn der Metzger noch einmal zugeschlagen hätte, wäre ich wirklich gestorben. Aber ruhig dich sein. Weisst doch wahr. Wir meinten wirklich, du stirbst uns weg. Weck du am Schotter, Frau Schwerisch. Du verdammt! Alles okay! Ja ja. WIEMEN Es ist gut, wenn ich wieder in die Bar gehe. Ja, ja, klar, mach. Du, äh, haben da etwas dagegen, wenn wir wieder runter sitzen? Doch völlig blödsinnig rumzustehen, wenn es einen Stuhl hat. Oder? Verdammt, jetzt können wir den Laden nicht mehr ausnehmen! Ja, wieso nicht? Weil du fast fast gestorben wärst! Schum denken. Es würde sich ja auch gar nicht lohnen, ich habe knapp 600 Euro in der Kasse. So ein Scheich! Hey Fabi, muss man das Geld wirklich wegnehmen? Sportler? Jetzt hör mal auf, meinen Namen zu sagen! Das glaube ich einfach nicht! Wir sind nicht einmal fähig, Bar auszunehmen! Wie blöd sind wir eigentlich? Hey, äh... Es wird langsam heavy da. Ja, also, nehmen wir endlich die Hände runter! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Wir wollen überfallen und ihr wollen, dass wir mit euch ein Bier saufen! Jetzt verkrampft ihr mal und holt die Kanne! Also verstehe ich das richtig! Niemand von euch rautet die Polizei an! Polizei! Die Nicole hat recht! Mach ein und trink eins! Und da ist noch frei! Für dich auch eine Stange! Das ist nichts Härteres! Irgendeinen Whisky oder so! Ich bin Robert! Oder Sportler! Das ist der Fabi! Das ist der Sigi! Und ich bin der Roi! So ist es! Und wo ein Roiweiss-Durger! Ha 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 ha! Ja, ich bin mit dem Witz immer! Und immer wieder lustig! Zumal.